Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Türchen Nummer 8 des Adventskalenders 2023. Heute hoffe ich nur, dass es euch gut geht. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, euch geht es wunderbar. Ich hoffe, alles ist gut bei euch. Das war es auch quasi schon für heute, weil leider nicht mehr viel Zeit übrig bleibt. Und weil alles andere halt eben nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Alles klar. Ciao, ciao.